Was ist für dich normal? Braune Haare? Grüne Haare? Alles normal. Für die Mehrheit ist 1,80 normal. Für manche sind es 1,20. Noch schnell die nächste U-Bahn erwischen – nicht für jeden normal. Wir, die Aktion Mensch, glauben an Vielfalt und an eine Gesellschaft, in der Unterschiede ganz normal sind. Mit unseren Losen kannst du bis zu 2 Millionen Euro gewinnen und damit deine ganz persönlichen Träume erfüllen. Gleichzeitig unterstützt du viele soziale Projekte, die zum Beispiel Barrieren abbauen, gemeinsames Lernen ermöglichen oder dafür sorgen, dass mehr Menschen mit Behinderung eine Beschäftigung finden. Und so kannst auch du mitmachen. Sei dabei und engagier dich mit einem Los. Für eine Zukunft, in der Unterschiede für jeden normal sind. Aktion Mensch. Das wir gewinnt.